mit den worten sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zum jetzt denke ich aber wirklich finalen part weil wir brauchen jetzt noch eigentlich eine lampe aktivieren und dann sind wir durch durch das ostgewebe jetzt wieder meine königsdisziplin laserstrahlen dieser schranken ach wie habe ich die lieb so ist scheiße wir brauchen dass man eine andere windrichtung absolute königsdisziplin und beliebt ohne ende mit ohne jetzt mal wieder so wie gerade so lange bis die ja das ziel erreicht mit 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 pfeil im anhang und da muss ich so halt wieder punkt landen schnell noch gott dies macht aber modstempo aber das wird nix fack so die ausdauer nicht gereicht die windrichtung stimmt ja vielleicht nicht ganz so scheppern das ding vielleicht einfach mal so in der hoffnung wird kommt an ja ich glaube ich muss auch noch ein bisschen warten sonst holt hinter der pfeil am ende nur die kiste die kiste da ein 8 tag guck mal waterfuck neuer da ist aber was ich fliege einfach mal durch was soll schon passieren außer drauf zu gehen in der wiesbogen scheiße ja das war super ja die kiste müsste aber eigentlich jetzt noch da sein hallo wenigstens habe ich noch genug heilt ausdauertränke einfach mal durch geht es funktioniert tatsächlich ich werde beklopft so punkt landung und für sich aber jetzt können wir auch in ruhe gucken wo kommst du wir hin auch so sind wir sind schon fast da da machen wir haben keine zeit hopp hopp schlag hopp li popp li hat geklappt oder so jetzt bist du eigentlich dann schätze ich mal ja irgendein brustkampf anstehen also ich kann mir kaum vorstellen ob jetzt einfach rätselbänden und etwas dann sehen wir gleich ein abspann glaube ich nicht wäre schon kurios bestimmt zweite phase von typen und ich war stark hat er jetzt so eine essenz entwickelt womit er dann auch götter jetzt schaden kann quasi also töten jäger war die bezeichnung wer sich selbst verpasst hat also er sagt hier wir sind jetzt wird er jeweils nicht selbst als adelig sieht oder so und deswegen der dritte person spricht oder wer hat irgendwie noch verbündete außer unseren verräterischen bruder aber den hat er ja auch an und für sich auch nicht als auserkoren er kann unfähig hat uns ja noch versucht zu korrumpieren nix satz wenigster war wohl nichts der neue achte er hat man einfach gar keinen bock und guckt und kratzt sich am arsch hat einfach mal kein bock mitzumachen nicht schlecht volle bierer steht und sich im hinterkratzt hat er wohl nicht mitgekriegt dass wir jetzt hier im ende sind am ende sind wahrscheinlich zwischenbote zwischenbote bewusstgestellt oder wie man sagt soja ich bin ja nicht so im bilder ich nick social media an und für sich außer hier als auf youtube ja ich weiß wisch ist kein social media keine social media plattform aber halt der spruch ist von irgendwoher irgendwie irgendwo irgendwann wie komme ich denn jetzt dahin und die mich dazu mit ach so da ist der plattform ich wollte gerade sagen die komplette verarsche die komplette verarsche nein wo auch der knapp kann man hier noch irgendwie die windrichtung beeinträchtigen von hier aus ich glaube das könnte hässlich werden gleich den letzten metern jetzt hier ständig runter klatschen ist auch nicht so geil nein 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 ok da ist wieder ja normalerweise ein blitz blitz des teus teus blitz Jetzt kommt wohl Tüfon 2.0, ja? Schon allein? Migyron! Felix, du könntest vielleicht recht gehabt haben. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Und die schon wieder ein Rätsel. Willst deinen Vater und Halbbruder retten? Wie rührend. Und welch ein Fehler. Alt. Was? Lange Geschichte. Deine Mutter hatte die schönsten. Halt den Mund, Thronräuber. Du bist als nächstes dran. Kind des Zeus und der Thetis. Hier hebe ich dein Grab aus. Ja. Wenn wir sehen. Du ahnungsloser Krims hast deine Kräfte nicht unter Kontrolle. Ja. 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 Na ja. Du kann ja nicht und zu hochkommen See reden gar nicht unter Kontrolle. Den habe ich mir extra aufbewahrt, aber ich glaube, ich gebe das Trinken auf. Nächstes Mal solltest du in mehr Zellen investieren. Sieh an! Der Feigling hat dich zurückgelassen. Was für eine Enttäuschung er als Vater doch ist. Hey, das ist unser Versagervater, von dem du redest, Arschloch. Ihr geht gemeinsam unter. Wie du siehst, siehst du mich nicht. Speziallieferung. Der Einmalen unterschreiben. Ups, zurück an den Absender. Oh, voll der Dropkick. Ich bin perfekt. Ihr Gatter, seid das pure Nass. Nein! Ja, da reißt er gleich die Hufen hoch. Oh, ich glaube, jetzt kommt die Feistos, oder? Bitte lächeln, jetzt kommt der Hammer. Witzschön mit Ambus. Ihr habt das alles nicht geplant? Wie ist das möglich? Ah, ich habe doch gar kein Phosphor mehr. Ich verstehe. Ja, wir piepen uns. Ich würde die Macht der Liebe nicht wahnsinnig machen. Ja, super. Oh, Atombombe. Ihr seid alle faul, lauter, herftigend. Dieser Planet ist euch doch egal. Ich habe mein Urteil gefällt, Typ Hohn. Du musst sterben. Berufung ausgeschlossen. Fluten! Fluten! Überbevölkerung! Ege! Ich habe Lösungen für... Du stirbst, wie du gelebt hast. Alleine! ja jetzt runter aber ordentlich rein Obwohl ich keinen Versteckungstrang aktiv habe. Aber jetzt schlag auf schlag. Ja, da kommt noch ein paar, ne? Könnte ich jetzt irgendwie unterbrechen? Ja, was für ein Schaden. Komplett am Eskalieren hier. Niemand wird sich an deinen Namen erinnern. Oh. Oh, komm, komm, komm. Frustic Park oder was? Sein gehört wie ein Dino. Den Ticker kennt. Kein Schaden. Oh, ich glaube, da hat er den getroffen. No, 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 no. Äh, der glaubt, doch, der Windschaden. Etwas. Etwas. Und er ist da. Oh, 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 oh. Oh, da holt sich direkt mal selber weg. Ja, alleine ist da irgendwie nix, ne, oder so eine Verstärkung. Ist doch nicht so mächtig, wie er tut. Hey, Tifon, ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe meine Spiele erkannt und das ist Schritt 2. Ich hätte die Welt seinen besseren Haupt gemacht. Oh, Platin direkt geholt. Das kannst du nicht tun. Nur mit mir bringst du Ordnung in das Chaos. Er hat nicht Unrecht. Das sehe ich anders. Wir werden ganz sicher Fehler machen, aber wir brauchen das Chaos, um daran zu wachsen. Lassen wir ihn leben. In Gefangenschaft. Das Gift. Ich bin zu schwach. Es frisst mich von innen auf. Was sagt dir dein Herr? Es sagt, wir lassen ihn leben. Tja. Ach, verschwinden wir, bevor sich das Gewölbe schließt. Das ist ein Herz. Mögest du hell unter den Sternen leuchten, Phosphor. Daedalus' Flügel sind hinüber. Typhons Flammen haben sie verbrannt. Ich repariere sie. Ich habe eine bessere Idee. Nichts gegen deine erstklassigen künstlerischen Fähigkeiten, Hephaistos. War das... Versucht er nett zu sein? Das ist verstörend. Auf die Knie. Für Tapferkeit auf dem Schlachtfeld und Menschlichkeit abseits davon. Langweilig. Hermes, kannst du dich kurz konzentrieren? Entspann dich, Athena. Oh, ich spann dich gleich. Und zwar auf eine Streikbank. Du hast mir gezeigt, dass ich ein besserer Vater für euch alle sein kann. Ich hätte nichts gegen ein paar Leibesübungen. Komm doch her, Aris. Für dich strecke ich mich gern. Bin ich unsichtbar? Du bist ein furchtbarer Gefährte, Hephaistos. Das reicht. Ich habe genug. Ich reiche die Zeit. Ruhig allesamt. Wie soll ich mich entschuldigen, wenn ich euch alle am liebsten vom Olymp schmeißen würde? Nochmal? Willkommen in der Familie, Fenix. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Sie sind wunderschön. Oh, Götter! Was vor? Ich dachte, du wärst tot! War er auch. Von nun an kehrt er ins Leben zurück, wenn er stirbt. Ich erschuf dieses Wesen zu deinen Ehren. Ein majestätischer Vogel, der mit Sonnenfeuer brennt und niemals aufgibt. Der Phönix! Oh, ich bin sprachlos. Das habe ich nicht verdient. Doch, hast du, Bruder. Nimm es an. Gut, werde ich. Oh, und ein letztes Geschenk noch. Wartet! Da fehlt jemand. Wo ist Legiron? Hey, und wo ist Fenix? Der winzelt sich ja irgendwo um Hilfe. Wenn er nicht schon längst tot ist, meine ich. Oh, Götter! Sicher, dass das die richtige Entscheidung war? Boom. Oh, ja. Ganz sicher. Komm, mein Kind. Ich möchte dir noch viel zeigen. Hey, warte. Du kannst mir nicht einfach Flügel geben und einen Phönix. Alle zurückverwandeln und erwarten, dass ich vergesse, was du mir angetan hast. Und deinen Kindern, Aphrodite, eigentlich allen. Ach, nein. Hey, das war nur ein Spaß. Ich trinke nicht mehr. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Ich werde sogar Erziehungsratgeber lesen. Zum Hades nochmal. Schön. Ich gebe dem Götterding eine Chance. Aber ich habe ein Auge auf dich. Paz. Ich liebe dich auch, Fenix. Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Zeus! Fenix! Irgendwer! Kann mir jemand helfen? Irgendjemand! Ich bin jemand! Ja. Du da! Sterblicher! Hilf mir! Ich? Ähm... Ich habe den Schlüssel. Ach, den Göttern sei Dank! Befreie mich! Schon, aber Zeus sagt, ich muss dir erst eine Geschichte erzählen. Was? Was für eine Geschichte? Möge dies die Geschichte von Fenix, meine Wiedergutmachung sein. Sie beginnt auf See. Nein! Das ist dir schlimmer als der Adler! Sei verflucht, Zeus! Jo, und damit sind wir durch mit diesem an und für sich doch sehr schönen Spiel. Hat mich überwiegend eigentlich positiv überrascht. Jetzt ging Ende ein sehr bitterer Beigeschmack mit diesem Aufwand, um die Platin zu bekommen. Also habe ich selten so gehabt. Entweder ist er verpackt und man hat einen lösungsfähigen Weg, aber... Und das ist aber eigentlich auch schon immer meistens oder immer sehr, sehr ärgerlich. Aber dass man, wenn man die Grenzen hinausgehen muss, jetzt in Anführungsstrichen, 81 von 80 Prüfungen machen muss, die eigentlich ja gar nicht da sind. Weil das Spiel sagt, schließe alle mythischen Prüfungen ab. Hat da irgendwas nicht gezählt, vielleicht in der Hinsicht, dass ich dann 81 machen musste. Und auch echt schon die Prüfungen abgrasen musste, teilweise auch die Tat. Also an den Orten zurückkehren, wo halt diese Sternkarte die Übersicht ist, wo man halt Daedalos spezielle Hinweise findet. So aber, würde ich sagen, war das echt ein gelungenes Abenteuer insgesamt. Die Story war jetzt schon mehr oder weniger im Großen und Ganzen vorhersehbar. Eine kleine Story-Wendung am Ende drin. Wären wir jetzt der Sohn von Hermes per se nur gewesen, fände ich, wäre nochmal ein Tacken heftiger, ja, was heißt heftig, aber schon einen Tacken überraschender gewesen als jetzt von Zeus. Was auf jeden Fall positiv herausgestochen ist, was ich am Anfang, wo ich am Anfang dachte, das wird mich am etwas nerven oder bei mir etwas mehr Langeweile auslösen. Das waren die Rätsel und die mythischen Prüfungen selbst. Die waren dann doch abwechslungsreicher als ich dachte und haben auch das Ganze schon deutlich aufgelockert. Dickster Minuspunkt war insgesamt einfach die Gegnervielfalt selbst. Also, ich habe jetzt gefühlt im Verlauf des Let's Plays 400 Zyklopen gelegt und vielleicht 250 mal Minotaurus. Und meinte Gegnervielfalt kam viel zu selten. Hätte jetzt die Sache auch nicht besser gemacht, aber angenehmer, sag ich mal. Und vielleicht hätte man sich den einen oder anderen Gegner oder Gegnerklasse auch aus den Fingern saugen können. Hätte jetzt zwar dann vielleicht nicht so zur Authentizität gepasst, dass man sagt, man möchte Wesen aus der griechischen Melodie, ja klar, Mythologie verwenden. Aber was soll es andererseits? Das ganze Dinge ist ja eh nicht so auf ernst gemeint. Und ich sag mal, vergleiche ich mal jetzt mit Odyssee, die da wirklich kampfhaft auf die griechische Mythologie gegangen sind. Ja, also die hätten vielleicht noch ein paar, eine größere Breitband, halt mehr Gegnerklassen, reinpacken können. So, bevor ich jetzt wieder ins endgültige und unendliche Stottern ausarte und dort Ende und kein Ende mehr finde. So, ja insgesamt, ich werde die Addons alle drei zeigen. Die beiden definitiv normal. Hier wurde mir schon mehrfach gesagt, dass das an und für sich einfach nur Rätsel, Rätsel, noch mehr Rätsel ist. Also der Content halt selbst in diesem DLC besteht eigentlich nur aus Knobbelei. Habe ich per se nichts gegen, aber halt, ja, wir sind jetzt bei Part 80 insgesamt und wir haben schon ordentlich gerätselt. Meine erste, meine Idee dabei ist, dass wir dann, oder dass ich euch quasi wie so ein Film den DLC präsentiere. Wenn es Bosskämpfe gibt, werde ich die natürlich auch zeigen, aber die sollen sich echt ziehen, die Dungeons hier. Die sind übel, das hier, das zweite wird ein komplett neues, einen komplett neuen Themenbereich aufgreifen. Wir sind quasi auf einem anderen Kontinent, andere Spielfigur und ich glaube hier auch. Also die beiden werde ich ganz normal spielen. Hier könnt ihr damit rechnen, dass ich euch so die Zwischensequenzen zusammenschneide und vielleicht den einen oder anderen, ja, was heißt vielleicht, also wenn es da Bosskämpfe gibt, dann werde ich die euch natürlich auch zeigen. Ja, alles andere würde ich mich natürlich, wenn ihr da sagt, ich möchte das gerne sehen, ich werde jetzt eine Woche warten, bis ich dann die DLC starte, um auf Feedback abzuwarten. So eine Woche, zwei werde ich dann warten, bis ich dann loslege, aber ich denke mal eher eine Woche. Und dann werde ich die Geschichten dann rausknallen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die mich im Verlauf des Let's Plays unterstützt haben. Sehr, sehr nett von euch, das ist alles nicht selbstverständlich und motiviert dann ungemein natürlich, wenn man da so viel und lieben Feedback bekommt von eurerseits. Alles klar, ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und bedanke mich da viel, vielmals nochmal für die Unterstützung. Und hoffe, dass ihr weiterhin mit so viel Spaß und Begeisterung dabei seid, so wie ich, wenn ich eure lieben Kommentare lese. Alles klar, dann tschüss, schönen Tag noch und bis bald.